Hallöchen, Hallöchen, da sind wir wieder. So, wir brauchen Brennstoff für unsere Block. Und... werden wir jetzt mal gucken. So. Station. Da haben wir. Langsam los, ne? Noch ins Bezieher. Mal zum Verarbeiter. Yes. So. Wie geht das denn nicht? Okay. So. Dann... werden wir... mal weiter... ...daten sammeln. So. brauchen wir auch mehr wieder alles mögliche ja dann bauen wir mal die lok weiter aus also hier dass wir die regale hinbauen können den werden wir dann auch wieder alles versuchen zu kriegen so so oh da ist eigentlich noch ganz viel so wir brauchen aber holz es geht um sind ja stimmt da war ja was zink ok da komme ich jetzt nicht mehr dran ist ganz kaputt sind jetzt auch ganz andere Minen ok ok da brauchen wir Eisen die werden wir ja nicht mehr so viel also müssen wir jetzt mal wie gesagt alles mal sammeln Holz braucht man ja auch ganz viel zu 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 so ok die Regale sind dann in dem Fall weg Eisen schon mit Kali gewesen aber brauchen wir jetzt nicht Brennstoff wird ja nichts sagen Brennstoff das so so wie so ich auch haben So. Okay. Haben wir erstmal vor 75. So. Dann fahren wir dann so weiter. So. Okay. Wow. Dann. wir sind zu nah das ist schon der so nah sind okay dann noch eine dazu gesehen wird schneller als nur ein bisschen mehr darauf achten dass wir so plan und so wird auch wieder eisen es wird schwer mit sammeln im nur noch ein paar sachen wir ein egal ob es jetzt sortiert ist oder nicht und bloß ab hier so kann man da nicht verwenden eigentlich müssen als braucht man noch sind kann man auch später noch brauchen hier noch zwei stück drin voll essen ja okay Okay, dann stecken wir das auch hier rein. Okay. Brennstoff. Hier Stück, hör mal. Hier Stück rein. So. So, wie sieht's aus. So, können wir langsam weiterfahren. So, und zwei. Okay. Okay. Da fehlt mir wieder ein bisschen was. Das wird jetzt gar nicht mehr so einfach. Ach. Ja. Okay. 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 Oh. Oh. Uh. Okay. Okay, okay, okay. Back. Okay. Hmm. Okay. Okay. I want. Yeah. What's that on? Okay. Okay. So. Oh, die können weiterfahren. So. Was damit was anfangen können. Meist mir ist weg. Ich glaube ja weniger. So das Bergbank 2. Okay. Okay. Das einmal. Gar nix. Nix. So. Kann man das selber zu sehr stellen. Okay. Okay. Und schlecht. So. 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 Das haben wir hier. Definitiv. So. 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 Das fällt mir dann. Okay. So. Okay. Okay. Mal weiterfahren. Ja. Mal weiter. Mal weiterfahren. 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 Das war's für heute. ja auch noch eine mine ok das geht mir so auf den senkel voll ins minenfeld Okay. Wurde mich nur dran gewöhnen, dass das schneller ist jetzt. Und dass das schon wieder kaputt ist. Ja, bisschen heiß. Ja, gut. Wir haben ein besseres Band. So. Okay, wir haben da noch ein paar bisschen Sachen. So. Oh. Mist. Mist, Mist, Mist. Oh, ei, 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 ei. Das kostet mich. Oh, ist Mühe jetzt dran. Okay, damit können wir nichts anfangen. Was wird das erstmal? Das schmeiß ich später weg. Okay, wir brauchen noch mehr Eisen. Oh. Oh, oh. Jetzt haben wir kein Holz mehr hier. Nichts mehr verwenden. Okay. Eisen haben wir noch. Brennmaterial. Ich denke mal gucken. Vielleicht können wir noch anderes Brennmaterial machen. Ohne. Ohne. Und das Fels. Und da. das war was das zahl wenn auch was rumfliegen was so schwierig jetzt ich sehe gerade die folge ist vorbei also wenn es euch gefallen hat gerne ein dornchen da lassen wir sehen uns in der nächsten bis dann